Hallo Leute, herzlich willkommen auf den neuen StandoGaming und heute spielen wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Minecraft Dungeons und heute machen wir mal Hochblockhallen, keine Ahnung was das heißen soll, so heißt auf jeden Fall der Titel von diesem Level, ich sag jetzt mal Level, ich denk auch mal, dass es ein Level ist, ja, ich hab auch gar keine Ahnung, was man hier alles sonst noch machen könnte, also ich hab ja fast hier alles jetzt freigeschaltet, es sind anscheinend nur noch zwei Sachen bis zum letzten und dann gibt's hier irgendwie noch was, ja und das war's, okay, let's go, Mission starten, ja, bei der Schwierigkeitsstufe ist es jetzt bei 4, also nochmal sehr schwer anscheinend, dieses Level oder dieses Spiel zu schaffen, falls ich dieses Video, äh, dieses Level nicht schaffe, seht ihr es in der nächsten Folge, äh, schneid ich das. Okay, dann gucken wir doch mal, ob wir das hinbekommen. Okay, so, let's go, wir gucken mal, was wir so machen können, also ich weiß gar nicht, was hier alles jetzt, also, wir sollen irgendwie die Party stirren, das ist gerade unsere Aufgabe, dann machen wir das auch, ähm, ich hör hier schon wieder was. Bam, okay, so. Bam, bam. Bam, Apfel. Ja. Warum haut der ab? Hm, der ist einfach abgehauen. So, wir folgen dem Pfeil. Ey, diese ganzen Leute hier immer. So. Wir müssen da hin, aber ich guck mal kurz, was hier ist. Siegel, starke Kreaturen im einzigen Hieb, wöchentliche Herausforderungen, abgeschossen. Aha. Bam, bam. So. Machen wir die mal kurz alle platt. Okay. Mann. Geh doch mal weg. So. Der Held. Oh, boah. Aha. Was ist hier? Hier ist nix, oder wat? Ah, ne, das ist die Kiste, die ich geöffnet habe. Aha, perfekt. Gut, gut, gut. Hier ist also nix. Können wir hier mal kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist. Aber ich denke mal, hier ist auch nix. Nö. Gut, dann gehen wir mal weiter. So, ich höre doch da schon wieder was. So. Bam. Perfekt. Dann haben wir die auch abgehauen. Links. So, da kann man nix machen. Dann muss ich, glaube ich, hier rechts. Ne. Ach, hier muss ich lang. Ach, scheiße. Jetzt habe ich meine Rakete gewastet. Ach. Mann. Warum hauen die denn alle ab, ey. Ich habe doch mal stehen. So, ich glaube jetzt, hier wird gekämpft. Jo. Jo. Okay, 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 ruhig. Ey. Reicht. Aua. 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 Hilfe. Okay, 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 ruhig. Ganz schnell weg. Ja, so. Boah. Junge, Junge, Junge. Also, man merkt auf jeden Fall, dass es schwer ist. Also, wenn ich das heute nicht in dem Video schaffe, dann mache ich das tatsächlich, ähm, dann schneide ich das, bis ich dann da bin. So, komm, geh. Komm. So. Boah, Junge. Ach, du Heilige, wie viele. Junge. Ja, so ist gut. Okay, das habe ich fertig. Dann gehe ich erstmal hier oben weiter. Um zu gucken, was hier ist. Weil hier sind auch wieder ganz viele. Aua. Wow. Aua. Aua. Okay, hier ist doch nichts weiter. Hä? Der ist einfach stuck. Okay. So, gut. Dann haben wir jetzt hier auch alles. Okay. Kommt der mit den... Aus. Aus. Der eine ist auch noch überfallen. Der Tag. Okay. So. Bam. 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 Let's go. Rein hier. So. Ach, ja, komm. Gib dir gleich. Nein, nein, nein. Wie viele gibt es denn hier? Ja, Junge. Es werden ja immer mehr. Ja. Yo. Aua. Ich muss die Zauberer ganz schnell töten. Wenn ich das nämlich nicht mache, dann bin ich am Borsch. Junge. Wie viele. Fast gestorben. Ja. Levelaufstieg. Aha. Ist jetzt mal geschafft, nö. Ja, moin. Natürlich. Aua, aua. Jetzt bin ich gestorben. Okay. Ja, darf ich durch? Danke. Ha. Oha, eine Axt. Ich höre doch hier schon wieder. Villager. So langsam kommen wir immer näher zum Boss. Oha. So. eine goldene kiste das haben wir schon das ist auch immer dann kann jetzt nämlich einmal da hoch gehen oder gibt es auch noch probieren wir mal hier unten geht es auch noch hier unten noch irgendwas scheinbar schon auch du heilige jetzt bin ich hier also ich bin praktisch von anderen seite gekommen einfach nur gut einmal weiter vorräte das heißt wir sind jetzt ungefähr bei der hälfte angekommen hier ist die party oder was kommt man denn hier runter aber ich bin ein zombies zombies habe ich auch eben nicht mehr gesehen bau 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 ja ja moini bleiben natürlich da oben man geht da oben so jetzt wo hier ist nichts mehr Okay. Okay, so. So. Die habe ich vergessen. Ja, okay, jetzt bin ich dann wieder hier. So. So. Ähm. Perfekt. Gekillt. Habe ich jetzt hier hin, glaube ich, ne? Ja, müsste ich. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich würde sagen aber, dass ich jetzt hier kurz einen Cut mache, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, ich konnte euch jetzt leider nicht mehr zeigen, wie das alles hier fertig geschehen ist. Ich bin jetzt auf jeden Fall bei irgendeiner Tür. Ich habe hier, ihr müsst euch vorstellen, vor ganz, ganz vielen Leuten gerade gekämpft. Das wäre für das Video einfach für zu lang. Also das hätte den Rand komplett gesprengt. Ihr seht jetzt nochmal den Sieg. Ja. Hier seht ihr jetzt nochmal den Sieg, wie ich das jetzt geschafft habe, damit ihr auch wirklich glaubt, dass ich es jetzt wirklich zu Ende gespielt habe. Das war gerade sehr anstrengend. Ich habe mich konzentriert, also ich hätte, glaube ich, da gar nicht so viel geredet, weil ich das einfach nicht könnte, weil ich es sonst vergessen würde. Auf jeden Fall, hier seht ihr jetzt, dass ich es geschafft habe. Boah, war das, also das war wirklich ein sehr anstrengender Kampf. Boah, also auf das Finale habe ich absolut gar keinen Bock. Ich habe auf jeden Fall viele neue Dinge. Da können wir auch mal ein bisschen hier gucken, was wir jetzt so benutzen können. Also das hier hat einen neuen. 32 Nahkampfschaden. Das hat 38 bis 83 Nahkampfschaden. Also. Natürlich. Okay, kann man nicht. Dann mache ich das. So. Bam. So. Was ist die Feder? 2,4 Sekunden mit Täubungsdauer aktivierter Rollauslöser. Hiervon habe ich noch 17. Oben. 20 bis 33. 19 mal 3 Fernkampfschaden. Ah. Den hier. Auch definitiv drauf. Ah ne, ja. Wir haben hier sogar noch einen besseren. Okay. Perfekt. So. Und die restlichen können erstmal hier ins Lager rein. So. Hey Leute. Wenn euch dieses lange Video gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Liken, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem gerne auf meinen Discord Server vorbei. Das würde mich freuen. Wenn ihr einfach mal dort joinen würdet. Ja. Habt auf jeden Fall jetzt einen traumhafen Tag. Haut rein und euer Sando. Ciao, ciao. Outro. 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 Showing